Sehen wir gerade wieder einen Angriff auf Bitcoin und nicht nur das, es ist ein Angriff auf die Geldfreiheit, auf dein Geld. Und vermutlich so, dass die Menschen nicht Bitcoin kaufen. Denn laut Greenpeace USA ist Bitcoin gefälschtes Internetgeld. Daher will ich dir in diesem Video zeigen, wie sie versuchen dich zu manipulieren. Und dazu haben sie ein Video veröffentlicht, in dem Bitcoin als eine digitale Währung beschrieben wird, als gefälschtes Internetgeld. This is Bitcoin, or what some call fake internet money. Das erhebliche Auswirkungen auf die Temperatur haben soll. Sie weisen darauf hin in dem Video, dass Bitcoin bei seiner Entstehung den größten Stromverbrauch unter allen Kryptowährungen hat, was zu erheblichen Folgen für das Stromnetz im Grunde genommen laut ihnen führt. Dazu zählen die Wiedereröffnung alter Kohlekraftwerke, die sie als Beispiel anbringen, eine Zunahme von 16 Millionen zusätzlichen Autos auf den Straßen und Emissionen, die den gesamten jährlichen Ausstoß der Niederlande übersteigen. Also so gefährlich soll Bitcoin laut Greenpeace USA sein. Das Video betont, dass Bitcoin, obwohl es oft als gefälschtes Internetgeld abgetan wird, tatsächlich sehr real ist und ernsthafte Probleme verursacht. Sie plädieren daher dafür, Bitcoin aufzuräumen, bevor die Probleme noch größer werden. Und mit aufräumen ist vermutlich gemeint, Maßnahmen zu ergreifen, um die negativen Auswirkungen des Bitcoin-Mining laut ihnen zu reduzieren. Und bevor ich dir das Video zeige und auch zeige, dass sie absoluten Quark reden, ist die Frage, sehen wir jetzt einen Angriff auf die Geldfreiheit? Durch grüne Täuschung, denn nicht nur nutzt Bitcoin-Mining über 60% erneuerbarer Energien. Dazu kommen wir gleich noch. Das zeige ich dir aufgrund von Daten und Fakten. Das heißt, Bitcoin nützt nicht nur über 60% erneuerbarer Energien, sondern es verwendet auch Unmengen an verschwendeter und überschüssiger Energie. Und die Anreize der Miner liegen darin, die günstigsten Energiequellen zu finden, was erneuerbare Energien im Grunde genommen sind, und Energie, die sonst nicht genutzt wird oder auf dem Markt nicht verkauft werden kann. Zum Beispiel fangen sie Gas ab, das sonst in die Atmosphäre entweicht und die Atmosphäre verschmutzen würde. Und das fangen Bitcoin-Miner beispielsweise ab. Außerdem trägt Bitcoin-Mining dazu bei, Stromnetze in instabilen Zeiten wie Winter oder Sommer zu stabilisieren und hilft Netze in abgelegenen Regionen Afrikas zu finanzieren, wo manche Menschen nie Elektrizität hatten. Und diese Vorteile verschweigen sie aber bewusst. In China wurde in der Vergangenheit beispielsweise der Kohlebergbau verboten, von wo ein Großteil des Minings herkam, des Bitcoin-Minings in der Vergangenheit. Und ich weiß, der aktuelle Trend geht darin, den Energieverbrauch zu reduzieren, da einige Menschen den Verstand verloren haben. Doch viele vergessen, dass die menschliche Zivilisation durch Energie wächst. Wir brauchen Energie. Die Wirtschaft braucht Energie. Und die Wirtschaft bedeutet, Energie zu transformieren, Verschmutzungsreduzierung und Energieverbrauchsreduzierung zu machen. Und das sind zwei verschiedene Dinge, die sie dir in diesem Video, die sie in diesem Video zusammengeworfen haben und auch nicht klargestellt haben. Sie wollen also, dass du das nicht weißt. Fakt ist eines. Geld muss hart sein, um zu funktionieren und nicht aus dem Nichts gedruckt werden können. Nur Proof of Work und Energie können sicherstellen, dass Geld an unsere physische Realität gekoppelt ist. Lass uns dazu noch das Video von ihnen anschauen und mach dir selbst ein Bild, was sie hier jetzt versuchen. Und dann zeige ich dir noch einen Ausdruck aus diesem Video hier. Dort habe ich genau erklärt und auch mit Zahlen, Daten und Fakten hinterlegt, welche Vorteile das Bitcoin-Mining hat und warum so viele Bitcoin-Miner erneuerbare Energien nutzen. Was zum einen Proof of Work ist und natürlich auch, warum viele Bitcoin-Miner nun erneuerbare Energien benutzen. Schau es dir einfach an und mach dir selbst ein Bild dazu. What the f***? I'm very real. Bitcoin is a digital currency with very real climate consequences. Yeah, whatever. Of all of crypto, Bitcoin uses the most electricity in its creation and its effects on the power grid is huge. I'm talking old coal plants reopening huge. Over 16 million extra cars on the road huge. The entire annual emissions of the Netherlands huge. I'm kind of a big deal. So this fake internet money? I am not fake. Is causing some real climate problems. Let's clean up Bitcoin before it becomes an even bigger deal. Was betreibt Greenpeace hier? Schreib mir dazu deine Meinung in die Kommentare und wenn du dir durch Krypto finanzielle Freiheit aufbauen willst, dann klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos. Und dann sage ich dir noch einen Ausdruck aus diesem Video hier. Um das besser zu verstehen, müssen wir uns zunächst den Proof of Work Mechanismus anschauen, den viele Regierungen auf der Welt wie die EU argwöhnisch betrachten und dem einen Riegel vorschieben wollen. Zunächst müssen wir verstehen, dass viele digitale Vermögenswerte im Gegensatz zu Bitcoin eine Art Schuldschein darstellen. Denn die Systeme und Datenbanken erhalten selbst keine Vermögenswerte. Sie sind Aufzeichnungen in Datenbanken eines externen Vermögenswertes wie beispielsweise bei Aktien. Und der Bitcoin Konsens Mechanismus hingegen basiert auf dem Proof of Work Verfahren, was ein Algorithmus ist. Der ist den Blockchain Teilnehmern, die eine kryptografische Aufgabe lösen, durch den Einsatz von Computern, Strom und so weiter ermöglicht Transaktionen zu validieren und neue Blöcke zu erzeugen und eine Belohnung in Form von Coins zu erhalten. Das heißt, das Proof of Work Verfahren bietet einen Wertanker für das kryptografische Asset in Bezug auf reale Ausgaben. Das Proof of Stake Verfahren ist ein alternativer Konsens Mechanismus bei öffentlichen Blockchains, wo einfach dargestellt, der Anteil, also Stake des Nutzers, entscheidend ist. Grob betrachtet lässt sich der Proof of Stake Mechanismus im Vergleich zu Proof of Work eher mit einer Aktiengesellschaft vergleichen. Wer einen größeren Anteil am Unternehmen besitzt, erhält im Normalfall mehr Stimmrechte, die zu Entscheidungen berechtigen. Und 2017 hatte das Weltwirtschaftsforum bereits dargestellt, dass das Problem bei Bitcoin die Skalierbarkeit ist, das ja durch das Lightning-Netzwerk gelöst worden ist und ebenfalls der Energieverbrauch, worüber wir gleich noch sprechen. Und nun wollen sie mehr Kontrolle gegenüber Bitcoin. Das wollen sie beispielsweise durch 30 Schlüsselfiguren oder Organisationen, wie beispielsweise das Weltwirtschaftsforum, den internationalen Währungsfonds und andere erreichen. Sie wollen letztlich die Kontrolle über Bitcoin erlangen. Und die EU sagt dazu folgendes, die Agenda für bessere Regulierungen gewährleistet eine evidenzbasierte und transparente EU-Gesetzgebung, basierend auf den Ansichten von denjenigen, die davon betroffen sein könnten. Was in Wahrheit heißt, die davon am meisten profitieren. Wir wissen nun, dass das Weltwirtschaftsforum 2017 angegeben hat, dass Bitcoin im Jahr 2020 mehr Energie verbrauchen wird, als die gesamte Welt zusammen. Doch ist es eben wirklich so? Bitcoin verbraucht heute einen kleinen Bruchteil von 1% der globalen Energie verglichen mit der Erklärung des Weltwirtschaftsforums aus dem Jahr 2017. Und um genau zu sein, verbraucht das Bitcoin-Netzwerk 0,12% der weltweit generierten Energie. Andere Annahmen belaufen sich sogar auf 0,09% der globalen Energie. Und Schätzungen zufolge verbraucht Bitcoin 188 oder 189 Terawattstunden pro Jahr weltweit, weniger als die Goldproduktion von 571 Terawattstunden pro Jahr, als Computerspiele von 214 Terawattstunden pro Jahr oder als jährliche Weihnachtsbeleuchtung von 201 Terawattstunden pro Jahr. Und lautes Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index verbraucht Bitcoin 150 Terawattstunden pro Jahr und in einer anderen Berechnung beläuft sich der Verbrauch auf 113 Terawattstunden oder knapp 98 Terawattstunden pro Jahr. Oder wenn wir uns nur die USA anschauen, dann sind es dort laut Berechnungen des Weltwirtschaftsforums Achtung! 62 Terawattstunden pro Jahr. Und die Energieverschwendung in den USA alleine, um Strom zu erzeugen und zu übertragen, beläuft sich auf 6800 Terawattstunden pro Jahr. Das heißt, bei einem Verbrauch von 188 Terawattstunden könne die verschwendete Energie 36 globale Bitcoin-Netzwerke mit Strom versorgen, bei 150 Terawattstunden sind es 45 globale Bitcoin-Netzwerke und bei 113 Terawattstunden sind es 60 Bitcoin-Netzwerke global gesehen und bei 98 sind es 69 globale Bitcoin-Netzwerke. Zusätzlich beläuft sich der vom Weltwirtschaftsforum angegebene Energieverbrauch von Bitcoin in den USA auf 62 Terawattstunden pro Jahr, deutlich weniger als Wäschetrockner in den USA mit 108 Terawattstunden pro Jahr oder Kühlschränke, der Schiffverkehr oder Luftverkehr mit 4030 Terawattstunden pro Jahr. Und hier ist der CO2-Fußabdruck des Militärs noch komplett rausgenommen und diesen noch zu analysieren, würde den kompletten Rahmen des Videos sprengen. Und zusätzlich konnten wir unter der Leitung von Michael Saylor sehen, wie das Bitcoin Mining Council offengelegt hat, wie viel Strom Bitcoin aktuell verbraucht. Saylor betonte, dass Bitcoin als ein globales monetäres Netzwerk nicht so viel Strom verbraucht, wie viele annehmen. Er bezeichnete den Stromverbrauch von Bitcoin als unerheblich im Vergleich zu den großen Volkswirtschaften, wie wir das ja bereits auch sehen konnten, dass Bitcoin 0,12% bzw. 0,09% der weltweiten Energie verbraucht. Zusätzlich gewinnen laut einer Studie 67% der Mitglieder des Bitcoin Mining Councils ihren Strom für das Bitcoin Mining aus erneuerbaren Energien. Basierend auf diesen Daten wird geschätzt, dass der nachhaltige Strommix für das globale Bitcoin Mining 56% beträgt und damit eine der nachhaltigsten Industrien weltweit ist. Wir sehen also auf der einen Seite, dass sich das Weltwirtschaftsforum durchaus bewusst ist, wie gering der Energieverbrauch von Bitcoin ist. Eines ist Fakt, Bitcoin und Krypto sind Möglichkeiten, wie du dir ein selbstbestimmtes und auch freies Leben aufbauen kannst. Und vermutlich will das Greenpeace USA nicht. Und zusammengefasst ist das Video von Greenpeace Desinformation. Jeder kann den Code von Bitcoin ändern, indem er ein Bitcoin Improvement Proposal, BIP wird das genannt, vorschlägt. Es gibt bereits eine Proof of Stake Version von Bitcoin, aber mit nur sehr wenigen Nutzern. Und Bitcoin Miner haben keine Emissionen, genau wie Tesla das nicht hat. Und der Anteil erneuerbarer Energien im Bitcoin Mining ist höher als in jeder anderen Branche. Und trotzdem attackieren sie konstant Bitcoin. Warum ist das wohl so? Die sozialen und Governance Vorteile eines monetären Systems, das auf Bitcoin basiert, überwiegen nämlich die angeblichen Energienachteile bei weitem. Bitcoin kann nicht einfach aus dem Nichts erschaffen werden. Sie sehen im Grunde genommen Bitcoin als Problem, aber ob Sie schon mal darüber nachgedacht haben, dass Bitcoin die Lösung ist und NGOs heutzutage Teil des Problems sind? Was denkst du dazu? Schreib mir dazu deine Meinung in die Kommentare.